Was geht YouTube? Wie versprochen melde ich mich mit einem neuen Video zurück. Es freut mich sehr, dass du hier wieder eingeschaltet hast oder dass du hier frisch auf den Kanal gefunden hast. Als allererstes muss ich mich mal fett bei euch bedanken. Wir sind inzwischen 100 Leute. Es freut mich persönlich mega und es wäre ohne euch natürlich nicht möglich gewesen. Deswegen noch mal ein fettes Danke an euch. Heute geht es ja so ein bisschen darum, um so Sport-Tiles. Was kann man so anziehen, wenn man ein bisschen laufen gehen will oder einfach nur gechillt rausgehen will. Ein bisschen Sport machen will, ins Gym gehen will. Kann man ja nehmen, wie man will. Und da haue ich einfach mal ein paar Styles raus, die man so anziehen kann. Auch kombiniert mit ein paar Styles, die jetzt vielleicht nicht fürs Gym sind, aber die auch ganz sportlich aussehen. Ich hoffe natürlich, da ist irgendetwas für dich dabei. Wenn du dir sagst, Video hat mir gefallen, Typ vor der Kamera war mir auch sympathisch. Freut es mich natürlich, wenn du den Kanal hier abonnieren würdest, dem Video einen Daumen hoch oder Daumen runter geben würdest oder einen netten Kommentar da lässt. Es freut mich, dass du hier ja dabei bist und wir sehen uns dann am Ende nochmal. Ciao! Das erste Accessoire, was für mich immer so einen sportlichen Look verkörpert, ist die Freizeitjacke, wie du sie hier zum Beispiel in gelb siehst. Ist ein ganz cooles Accessoire, da du es mit sehr viel kombinieren kannst, egal in welcher Farbe. Ich trage es hier mit einer Blue Jeans und einem schlichten weißen Oberteil. Ich würde das Oberteil allerdings ein bisschen weiter drunter ziehen. Die nächste Jacke ist eine Bomberjacke. Dafür gilt das Gleiche. Du kannst es auch mit allerlei kombinieren und hier würde ich auch das Shirt ein bisschen drunter ziehen und steht auch für einen sportlichen Look. Das nächste Accessoire ist für mich eine Windjacke. Steht auch für einen sportlichen Touch. Du kannst es entweder hier offen tragen, finde ich auch eine ganz coole Sache, wenn man es jetzt zum Beispiel mit einer Jeans kombiniert. Oder du trägst es eben geschlossen, schnürst es dann hinten zu. Das ist bei vielen Windjacken, jetzt ist es egal welche Marke, die kann man hinten zuschnürnen und es sieht auch nochmal ganz gut aus. Oder du schnürst es nicht zu und ziehst hinten das Shirt nochmal raus, sieht auch nochmal cool aus, wie ich finde. Ist mit vielerlei kombinierbar und sieht sehr sportlich aus. Beim nächsten Accessoire geht es mir weder um den Verein noch um die Marke, sondern um den Kragen des Trikots. Es gibt ja einige Trikots, die so einen Kragen eben mit sich bringen. Das kann man cool mit einer Kette kombinieren und allgemein geht es mir auch hier beim weißen Trikot drum, dass ich es ganz cool finde, auch mal einfach in der Freizeit ein Trikot mit einer Jeans zu kombinieren, egal in welcher Farbe. Die Jogginghose. Du siehst, ich ziehe hier eine einheitliche Jogginghose, auch so ein bisschen hoch, dass ich so ein bisschen Abstand zwischen Schuhe und Hose habe. Und dann trage ich die Jogginghose entweder so ein bisschen Baggy mäßig oder ich ziehe sie wirklich eng hoch. Sieht beides gut aus. Beim nächsten will ich dir einfach zeigen, dass du solche Jogginghosen, die wirklich einheitlich und eng anliegen, super cool mit Outfits wie einer Lederjacke kombinieren kannst. Aber natürlich auch mit so verrückten Dingen, wie zum Beispiel, ja, einem Poloshirt. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wie gesagt, wenn du irgendwas, ja, gefallen hat oder irgendwas nicht gefallen hat, schreib es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Video am Samstag. Ich hoffe, bis dahin bleibst du gesund. Wenn du dir sagst, ja, ich stehe auch auf Gaming-Content, kannst du gerne mal bei meinem Twitch-Channel vorbeischauen. Hier bin ich entweder heute oder morgen live. Wenn du aber nicht so auf Gaming-Content stehst, dann lass es einfach bleiben und bleib auf dem Kanal. Ich hoffe, du bleibst bis Samstag gesund. Und da sehen wir uns wieder. Ciao. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Bis zum nächsten Mal.